Sie hören Fatale Furcht aus der Reihe SokoInnen Teil 3 von Axel Hollmann Gelesen von Alex Bolte Produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin Prolog Der Mann, der das Ölfass durch die Nacht zum Ufer des Teltow-Kanals rollte, fluchte. Sein Name war Maximilian Buchholz. Er war groß und kräftig gebaut, fett, um genau zu sein. Nowak hatte sich hinter einem der Büsche verborgen, die die Böschung des Kanals säumten. Er warf einen Blick auf die Uhr. Es war kurz nach drei. Der Mond versteckte sich hinter Regenwolken, doch von der anderen Seite des Gewässers schienen die Lichter des Heizkraftwerks Lichterfelde herüber. Der Mann prüfte ein letztes Mal, dass die Kamera trotz des Nieselregens in Ordnung war. Es stand zu viel auf dem Spiel, um nachlässig zu sein. Behutsam schob Nowak einen Ast beiseite, dann zwängte er das Zoom-Objektiv durch die Lücke. Das Gehölz knackte. Er verharrte und hielt die Luft an, doch so wie Fettwanz schnaufte, würde dieser das Geräusch kaum bemerken. Buchholz war 62 und einigermaßen vermögend. Nowak war seit einer Woche an ihm dran, weil er Geld brauchte, vor allem aber, weil er es ihm heimzahlen wollte. 550 Euro und 11 Cent. So viel hatte Buchholz für die Reparatur der Lichtmaschine von Nowaks Wagen verlangt. Stöhnte der Fettwanz gedehnt. Buchholz stemmte die Arme in die Seiten und drückte den Rücken durch, er er wieder anpackte. »Na komm, altes Haus, reiß dich zusammen. Gleich hast du's geschafft und dann nix wie weg.« Nowak schoss eine Serie von Fotos, wie der Fettwanz das Ölfass die letzten Meter zum Ufer rollte, wo zwei weitere Fässer warteten. Buchholz zog die Handschuhe von den Händen, stoffte sie in den Gürtel und lehnte sich mit dem Hosenboden gegen das Ölfass. »Geschafft. War doch gar nicht so schwer.« Alle drei Fässer waren aus rostigem Blech, von dem blaue Farbe blätterte. Buchholz schraubte den Verschluss der ersten auf und trat einen Schritt zur Seite. Nowak betätigte den Auslöser, um festzuhalten, wie sich eine zähe Flüssigkeit mit dem Wasser des Teltow-Kanals vermengte. Der Fettwanz nickte. »Und jetzt das Nächste?« Nowak hatte jede Menge Fotos geschossen. Vorsichtig schob er sich rückwärts aus seinem Versteck. Es war besser gelaufen, als er gehofft hatte. Trotz der Dunkelheit brauchte er zu dem Parkplatz keine fünf Minuten. Der schwarze Lieferwagen mit der Aufschrift »Maximilian Buchholz Kfz-Reparaturen« parkte dort, wo der Weg hinunter zum Kanalufer führte. Der Fettwanz hatte die Türen des Fahrzeugs offengelassen. Nowaks eigener Wagen parkte eine Querstraße weiter. Von hier war er nicht zu sehen. Nowak kam ein Gedanke. Sollte er es tun? Es war verrückt, aber warum nicht? Er schob seine Hand in das Innere seiner Armeejacke und zog ein kleines Pappkärtchen hervor. Eines seiner Visitenkarten. Früher hatte er sie tagtäglich verteilt, aber jetzt trug er sie nur noch aus Gewohnheit mit sich herum. Nowak drehte die Karte zwischen den Fingern, dann klemmte er sie hinter den Scheibenwischer des Lieferwagens. Innerlich grinste er bei dem Gedanken, wie dem fetten Buchholz das Herz bis zum Hals schlagen würde, sobald er sie entdeckte. Und wenn er dann erst den Umschlag mit den Fotos in seinem Briefkasten fände. Nowak wandte sich um, und eine Minute später erreichte er seinen Wagen. Es war ein Peugeot, der fast zwanzig Jahre auf dem Buckel hatte. Lange würde es die Karre nicht mehr machen. Wer wusste, was nach der Lichtmaschine den Geist aufgeben würde? Hoffentlich nicht das Getriebe. Er konnte nur hoffen, dass sein Wagen so lange durchhielt, bis er genug gespart hatte, um sich einen anderen fahrbaren Untersatz zu leisten. Natürlich nur einen gebrauchten, da gab er sich kein Illusion hin. Vielleicht ein Japaner? Die waren einigermaßen schick und vor allem preiswert. Er griff nach seinem Schlüssel und schloss dem Peugeot auf. Nowak wollte sich schon in den Fahrersitz fallen lassen, doch da lag etwas auf dem fleckigen Stoff. Einen Moment stand er nur da, unfähig, sich zu rühren. Er hatte den Wagen abgeschlossen, da war er sich sicher. Und vorhin hatte das Ding dort noch nicht gelegen. Das bedeutete, das Auto war geknackt worden. Von jemandem, der ein Schloss öffnete, ohne Spuren zu hinterlassen. Nowak wirbelte herum. Seine Rechte tastete nach dem Zylinder in seiner Hosentasche. Pfefferspray. Nur für den Fall, dass etwas schief ging, hatte er es eingesteckt. Doch da war niemand. Er ließ den Zylinder los. Nowak spürte sein Herz hämmern. Eine Sekunde zögerte er, doch dann streckte er die Hand aus und nahm den Umschlag. Er war aus dickem braunem Papier. Unbeschriftet. Kein Absender. Keine Adresse. Irgendwie wusste er, dass die nächste Minute sein Leben verändern würde. Nowak atmete ein und öffnete den Umschlag. Kapitel 1 Lukas Mende war in dem Stuhl zusammengesunken. Karl spürte Mitleid mit dem jungen Mann, doch er schob das Gefühl beiseite. Mende hatte den Kopf in die Hände gestützt. Die Ellbogen ruten auf dem Tisch, der unter der flackernden Neonröhre in der Mitte des Verhörzimmers stand. Seit ein paar Minuten hatte Mende weder ihn noch seine Kollegin angeblickt. Paula Jacobi saß neben ihm. Aufrecht. Die Hände vor sich auf einem Stapel umgedrehter Fotos gefaltet. Früher hatte sie immer farbenfrohe, ein wenig verrückte Klamotten getragen. Jetzt lief sie jeden Tag in Blue Jeans und langweiligen Rollkragenpullovern herum. Vieles hatte sich in den letzten Wochen verändert. Er nickte der Kommissarin zu. Sein Zeichen, dass sie mit dem Verhör fortfahren sollte. Also noch einmal, sagte sie, wo steckt ihr Freund Ralf Beck? Ich habe es ihnen doch schon gesagt. Keine Ahnung. Paula lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Sie lügen. Für jemanden, der sie nicht so gut kannte wie er, mochte die Kommissarin beherrscht klingen. Doch Karl entging nicht der drohende Tonfall in ihrer Stimme. Sie beide teilen sich seit mehr als einem Jahr eine Wohnung, fuhr Paula fort. Wir sind doch nicht dämlich. Sie kennen ihn. Natürlich wissen sie, wo er steckt. Ich habe Ralf ein Zimmer vermietet, weil ich mir sonst meine Bude nicht leisten kann. Das ist alles. Ach, tatsächlich. Und davon, dass er wegen Drogendelikten vorbestraft ist, wollen sie auch nichts gewusst haben? Genauso wenig wie von dem Stoff, den wir in seinem Zimmer gefunden haben. Das war kein Tütchen Marihuana für den Eigenbedarf. Es waren fast 100 Gramm Dreamdust. Lukas Mende presste die Lippen zusammen. Natürlich hatte er etwas von den Drogen gewusst. Karl sah es ihm an. Und Paula? Sah sie es auch? Wieder musterte er seine Kollegin. Die Mundwinkel der Kommissarin zuckten. Die Maske der Selbstbeherrschung, die sie in der letzten Stunde der Vernehmung getragen hatte, bekam Risse. Herr Mende, sagte sie. Wenn sie nicht gewesen wären, säße er mir jetzt gegenüber und nicht sie. Ist es nicht so? Lukas sackte weiter in sich zusammen. Mit den großen Sprüchen, die er von sich gegeben hatte, als Karl und die anderen Mitglieder der Soko innen seine Wohnung gestürmt hatten, war es vorbei. Paula beugte sich auf ihrem Stuhl vor. Ihr Gesicht war nur noch ein paar Zentimeter von Lukas Mendes entfernt. Sie haben mich und meine Kollegen aufgehalten, sodass ihr feiner Freund durch das Fenster verschwinden konnte. Mir haben sie mit dem Ellenbogen eine verpasst. Paula deutete auf die Schwellung unter ihrem rechten Auge. Haben sie eine Ahnung, in was für Schwierigkeiten sie sich gebracht haben? Karl räusperte sich. Sie hatten vereinbart, Lukas Mende mit Samthandschuhen anzufassen. Es ging nicht darum, ihn hinter Gitter zu bringen. Niemandem wäre damit gedient gewesen. Sie wollten von ihm nur eines. Einen Hinweis, um Ralf Beck aufzuspüren, ehe er ein weiteres Verbrechen begehen konnte. Mende hatte der Vernehmung zugestimmt und auf einen Anwalt verzichtet. Doch wenn sie ihn zu grob anpackten oder ihm gar drohten, wäre es mit seiner Kooperation vorbei. Paula und er hatten das besprochen. Hoffentlich dachte sie daran. Ich hab da nicht nachgedacht, sagte Mende, Er biss sich auf die Unterlippe, ehe er fortfuhr. Ich habe einen neuen Job. Die Kollegen und mein Chef sind in Ordnung und die Kohle stimmt auch. Aber wenn sie mich einbuchten, werde ich gefeuert. Ich bin noch in der Probezeit. Ich kann mir das nicht erlauben. Mir kommen vor Mitleid die Tränen, sagte Paula. Wissen Sie, was wir in Herrn Beck's Zimmer außer den Drogen gefunden haben? Das Handy seiner Freundin und ein T-Shirt mit ihrem Blut daran. Jetzt hob Mende den Blick. Ich verstehe nicht. Er schüttelte den Kopf. Jennifers Shirt? Mit ihrem Blut? Was soll das heißen? Lesen Sie keine Zeitung? Lukas Mende antwortete nicht. Jennifer Hawks Leiche wurde unter der Rudolf-Wissel-Brücke gefunden. Eingerollt und verschnürt in Plastikfolie. Karl sah, wie Paulas Augen bedrohlich blitzten. Die Kommissarin ballte die Hände zu Fäusten, sodass die Knöchel weiß hervortraten. Weggeworfen! Wie Müll! Wieso sich die junge Frau mit einem Loser wie Ralf Beck eingelassen hatte, würde für Karl immer ein Rätsel bleiben. Genauso, warum sie ihn nicht verlassen hatte, nachdem sie wusste, mit wem sie es zu tun hatte. Wieder und wieder hatte sich Jennifer bei ihrem Vater über Ralf beklagt. Karl-Heinz Hauck hatte Karl und seinen Kollegen geschildert, wie hilflos er sich jedes Mal gefühlt hatte, wenn seine Tochter ihm erzählte... ... ... ... ...